Ich habe hier schon hingesetzt. Oben drüber kommt Holz. Aber wir machen erstmal hier die anderen. Und natürlich keine Slabs mehr. Das ist der Replacer und das ist echt das beste Tool. Gerade für diese Scheiße, wenn sich hier die Treppen und die Slabs alle so scheiße nur ausrichten können. So, ich habe gerade einen Baum gewachsen. So, so, so. Rechtsklick und keine Treppen mehr. Dann machen wir nochmal welche. Und Rechtsklick. Passt, ne? Ja, ja. So. Dann Holz. Zack, zack. Im Originaldesign von der Burg bzw. von der Mauer für die Burg, die auch in einem ähnlichen Stil gebaut wird, da ist dann oben drüber kein Holz. Der Turm hier, der wird so ein bisschen gemischt, ne? Der steht ja im Wald. Das heißt, da wird natürlich dann noch Holz verbaut. Und, äh, ja. Deswegen ist das Design ein bisschen was anderes als das, was dann irgendwann mal später in der Burg kommt. Ja. 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 Aber prinzipiell sind die sich schon ähnlich, die Designs. So. Ja. Jetzt wird's spannend. Ich will ja auch hier, ähm, auf der Ebene tatsächlich, ähm, Zinnen haben. Das heißt, ich muss mal gucken, dass ich erstmal einmal eben kurz die Lücken fülle. Ja, guck mal, da geht's, ne? Ich verstehe diese Mund nicht. So. So. In den Zinnen, da muss man gleich mal gucken, dass sie nicht das Holz verdecken. Das wäre natürlich ärgerlich. Hm. So, hier haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen das Ganze mit Cobblestone zu. Oder soll der von außen... Von außen hat man dann halt dieses Muster. Mal kurz mal. Opsa. Können wir kurz mal hier ... Von außen hat man halt ... das Muster. Aber von innen, man könnte ja Slabs nehmen, dann hat man innen drin mehr Platz. Oder wir nehmen Cobblestone, das Ganze, so vollen Cobblestone wird das Ganze ein bisschen enger. Ich finde ja tatsächlich das mit Slabs schöner von innen. Das heißt, wir brauchen ein paar Slabs. Ich mache einfach mal ein paar. Wir brauchen oben eventuell auch noch mal welche. Ich habe keinen Bock, das jetzt eben abzuzählen. So. Zack. Uah. Ich habe hier mal gemnippen. So. Geht doch. Geht doch. Und es ist von außen ganz genau dasselbe. Aber man hat von innen wesentlich mehr Platz und es ist von innen auch ein etwas schöneres Muster. Fenster kommen hier unten nicht rein. Fenster kommen einen Stockweg höher rein. Das heißt, wir ziehen auch hier dann einmal das entsprechend zu. Bis ich meine Burg dann irgendwann mal baue, muss ich mir hier aber definitiv noch mal was überlegen. Ich habe keine Lust da permanent mit dem Schraubendreher oder mit dem Replacer zu hantieren. Weil von den Slabs oder von diesem Design, von dem unteren, da werden wir auf jeden Fall ein bisschen mehr bauen müssen. Und, äh, ne, da will ich nicht jeden einzelnen Slab irgendwie einmal drehen müssen mit dem Schraubendreher, auch wenn wir dann den Replacer für nutzen. Aber nein. Das soll schön geschmeidig gebaut werden. Das heißt, zack, 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 Treppe ran, seitlich andocken, so wie hier. Das wird jetzt aber nicht gefixt, ne? Ne. Die drehen sich immer noch bekloppt. Naja, gut. Aber, das weiß ich mal, ne? Zack, zack. Da geht es dann wieder nicht. Da habe ich echt keinen Bock drauf. Ja. Ach. So, Treppe rauf, Treppe rauf, Treppe rauf. Da ist dann auch die Treppenstufe im Weg gewesen. Sehr gut. So, und so. So, hier vorne, ja, wie gesagt, ja nicht. Weil hier ist der nicht ganz so schön, wie ich finde, nicht ganz so schöner Eingang. Aber gut, so ist das halt. Können wir eigentlich hier schon mal wegnehmen. Weil wir hier oben ich glaube, ich muss gleich nochmal Cobblestone holen. Hier oben kommen nämlich jetzt Treppen drauf, die das Ganze optisch so ein bisschen die das Ganze optisch so ein bisschen stützen. Ähm. Beziehungsweise. Doch, in dem Fall machen wir es so, weil sonst wäre... Ne, wir machen das nicht so. Wir machen das ordentlich. Das heißt, die obere kommt jeweils wieder ab. Da kommt dann jeweils eine Treppe drauf. Ja, mein Gott, ich richte die gleich aus und dann passt das. So, Schraubendreher. So, dann haben wir nämlich von unten so eine Stützung. Hier oben kommt dann Holz drauf. Oh, hier mal. Ja, vielleicht etwas mehr. Wir wollen auch gleich noch andere Sachen bauen damit. Leiter. Vier werden nicht reichen. Leiter. So, dann muss man nämlich kurz mal überlegen. Wir kommen ja von hier rein. Das heißt, die Technik-Runterleitung findet an der Rückseite statt. Hier kommen dann drei Kabel runter. Starkstrom, Mittelstrom und Niedrigstrom. Und die Treppe, die Leiter, die kommt dann hier hin. So. Kommen wir auch an der anderen Seite bauen. Wir machen sie jetzt auf die Seite hier. Das ist Jacke wie Hose. So. Können wir hier nämlich schon mal zumachen. Ja. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Da packt man sich anscheinend so ein bisschen rein. So. Mit ein bisschen rumgezuggelt kommt man dann auch wieder raus. Das ist von oben eh zu. Also von daher ist es nicht weiter schlimm. So und so. Hier hinten laufen dann ja die Kabel. Ich lasse das jetzt erstmal zu. Aber hier hinten laufen dann ja auch die Kabel runter. Das heißt, da fällt man dann auch nicht durch. Das passt dann schon. So. So. So, 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 so. Okay. Nächster Schritt. Wir wollen... Wollen wir... Das live zu bauen ist immer nochmal wieder was anderes, als es im Creative Modus schnell zusammenzubauen. Wir machen... Wir machen... Wir machen das jetzt einfach. Ja. Ja. So. Dann machen wir das... Ah gut, man sieht dann auch das Holz. Das ist okay. Hier unten das Ding kann jetzt mal weg. Da sind wir ja soweit durch. Also das ist das Fundament von dem... Ah, von dem Turm. Mit der Treppe, da muss... Mit der Leiter muss man nochmal gucken, ob wir die vielleicht nochmal irgendwie in die Mitte machen direkt oder ob wir die irgendwie anders bauen. Da schauen wir dann mal. So, aber erstmal machen wir jetzt hier. Slabs haben wir auch noch. Machen wir nämlich jetzt mal Slabs dazwischen. So. Dann machen wir... Eine Reihe Steine. Und zwar über die ganze Fläche. Und dann muss man kurz mal gucken, wo haben wir die... Am Anfang hier waren immer die... Das heißt, hier drauf kommen Slabs. Slap, Slap. Und damit hätten wir so eine kleine... Ja, so eine kleine Zinnreihe, Brüstung, wie auch immer. Die wird nicht nutzbar sein. Die Mauer geht direkt dahinter hoch. Aber dann hat man so ein bisschen Abwechslung in dem Stockwerk drin. So ein bisschen Design drin. Und das machen wir jetzt auf allen Seiten. Na, herzlichen Glückwunsch. So, gut. Das hätten wir. Jetzt müssen wir uns das Ganze noch mal ein bisschen verfeinern. Hier in der Ecke, da kommt nämlich auch ein Block hin. Und dann kommt so eine Ecken-Treppe hin. Da müssen wir gleich mal gucken, wie wir die machen. Und man sieht das Holz noch so ein bisschen durchschimmern. Ich glaube, das ist tatsächlich auch das Design, was ich ursprünglich hatte. Ich habe es halt noch nicht mehr im Kopf gehabt. Das heißt, wir gehen hier einmal hoch. So, Ecke ist Ecke. Ecke ist Ecke. Ecke ist Ecke. Ecke ist Ecke. Und dann, wie als wenn es abgezielt wäre. Was es nicht ist. Noch mal Slaps drauf. So. Gut. Dann hätten wir das. So, das wäre so die erste Höhe. Dann kann man schon so ein bisschen drüber gucken. Und wir müssen weiter noch ein ganzes Stückchen weiter nach oben. Aber so ist es halt. Ich habe mir den Code tatsächlich mal angeguckt von Technik an der entsprechenden Stelle. Und es ist tatsächlich so, dass die Solarpanels da nicht... Moment. So. Dass die Solarpanels da nicht in der Höhe tatsächlich definiert sind. Sondern die Höhe mit einem Wert, der eben den Solarpanels zugewiesen ist, multipliziert wird. Und dadurch ergibt sich dann die Endleistung. Oder die entsprechende Ausgabeleistung. Und die Endleistung ist tatsächlich definiert. Das heißt, irgendwie ist es schon mit der Höhe definiert. Andererseits ist es eben nicht direkt über die Höhe definiert. Also da steht nicht ab Z so und so hoch ist eben die Leistung dann da. Sondern es wird kontinuierlich dann eben mit Z multipliziert. Ja, ich glaube multipliziert war das tatsächlich. Ich brauche mal andere Kopfhörer. Äh, die wird multipliziert und durch die Multiplikation ergibt sich dann ein bisschen mehr. So, und wir wollten das hier... Wollten wir doch tatsächlich mal nach oben bringen, weil das inzwischen nicht mehr scheiße aussieht. Ich wollte es ja hier, aber hier kann man es nicht hinhängen. Aber dann hängen wir es mal hier unter. So. Ja. Ja. Man sieht hier so eine kleine, kleine, äh, kleine Werkbank, eine Spitzhacke davor. Das ist okay, das kann man hinstellen. Überhaupt ist die Mod ein bisschen schöner geworden. Also, im Gegensatz zur alten Version. Man hat immer noch diesen Scheiß, dass das hier so rausfährt, aber man hat zumindest hier überall... Das ist... Ändert sich nicht mehr in der Höhe und man hat hier tatsächlich überall einen Hintergrund hinter. Das heißt, wir brauchen so kleine Gnubbelsteinchen und mit den kleinen Gnubbelsteinchen, da bauen wir dann die Treppe. Und die kleinen Gnubbelsteinchen, die kriege ich doch hier aus der Säge als Abfallprodukt, ne? Hier hätten wir auch noch Steine. Und man kann sie hier... Kopfstein, Pflaster, Mikroblock, wie viel brauchen wir? Das waren fünf jeweils. Das heißt, wir brauchen... Gab's da eine oder gab's da mehr von? Da gab's immer eine von. Das heißt, wir brauchen 20, 40. Weil wir bauen oben auch nochmal und da braucht man auch nochmal am Rand. Das heißt, ich lach gar nicht so falsch. 40, set. Her damit. Und dann bauen wir mal. Hm. 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 Äh. Wo kann ich grad sagen? So. Ich bin ein Idiot. Ach. Na ja gut. Es ist nicht schlimm. Man kann's ja alles wieder herstellen. Also von daher alles gut. Aber ich hab tatsächlich die falschen Steine genommen. Wir brauchen das ja nicht mit Cobblestone. Wir brauchen das mit normalen. Äh. Einen noch. 40. Ist nicht schlimm. Es ist ja nichts verloren gegangen. Äh. Einmal hier vorn. Einmal hier vorn. Einmal hier vorn. Sudele. Jetzt kann's losgehen. Da 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 da. Durch den Wald hindurch. Guck mal. Ich kann mir eigentlich wunderbar den Weg durchführen. Ja. Das wäre dann der Weg für hier unten. Und den anderen Weg. Da müssen wir mal gucken. Sieht schon geil aus. Ja. Hier ist es halt. Ja. Es ist so. Aber das ist okay. So. Einmal durch die Tür. Das wird hier unten noch alles irgendwie dann auch schön gemacht. Aber erst mal gucken wir jetzt. Ja. Hier die Ecken. Das ist halt. Hier geht der Turm weiter. Von daher ist es nicht schlimm. Das heißt. Wir können hier auch tatsächlich irgendwie Erde rein machen. Ansonsten. Was man dann natürlich machen kann. Dass man da ein Slap hinlegt. Oder von diesen ganz dünnen Plättchen irgendwie eins. Und dann hat man dann da auch ein bisschen. Ein bisschen Design. Man kann dann auch bis an die Ecken gehen. Und steht man auch in der Ecke ein bisschen höher. Ich habe natürlich. Doch hier habe ich ja Slaps dabei. Hier. Also. Dass man dann hier auch so ein bisschen rauf gehen kann. So ein Runterschießen. Was man dann tatsächlich noch machen sollte. Wäre nämlich. Es ist ja dann in dem Fall nicht nur Deko. Man würde halt noch eins raus gehen. Oder würde den Slap hier unten weglassen. Und dann machst du eine umgedrehte Treppe rein. Und kannst dann auch hier von. Ja. Kannst da durchschießen quasi. Das ist so der Plan dahinter. In dem Fall ist es rein zur Deko. Das heißt es ist unten zu. Man kann hier normale Steine nehmen. Und hier geht dann eben der. Der Turm weiter hoch. Wie gesagt in dem Fall. Machen wir da eher da rein. So. So. Wir. Wir müssen das von unten anbringen. Weil wir ja hier Treppen haben. Äh. Ich bin gut kurz irritiert. Doch. Das ist alles richtig. Wir haben hier die Treppen. Und hier den hier dran. Der richtet sich so ganz schön richtig aus. Und hier ist eben dann auch Treppe. Hier ist Treppe, Lücke, Treppe. Theoretisch Lücke, Treppe. Theoretisch Lücke, Treppe, Lücke, Treppe, Lücke. Und so weiter. Also von dem her. Ist das dann richtig. Und das Holz ist halbwegs schön integriert. Und es sieht tatsächlich so aus, als wenn das Holz ja diesen Aufbau tragen würde. Wäre natürlich schön, wenn er so schon von der Höhe her reichen würde. Das wäre natürlich super geil. Aber leider tut er das nicht. Aber so wäre eine schöne Höhe. Da kann man hinten das Haus sehen. Da kann man das Haus sehen. Hier oben sieht man dann die Burg. Oder einen Teil von der Mauer von der Burg. Müssen wir mal gucken. Wie gesagt, da ist noch kein Plan. Ja, hier, keine Ahnung. Wald, 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 Wald. Alles von der Wald. Man kann dann den Weg doch auch ein bisschen durchscheinen sehen, oder? Na gut, okay. Hier ist natürlich jetzt alles schon relativ dicht. Wir gucken mal, wenn er weiter oben ist, der Turm. Wie es dann aussieht. So, es geht weiter. Diesmal mit Cobblestone. Es müsste theoretisch ja doch eins weiter nach oben. Wie habe ich das denn in der anderen? Ich glaube, in der Testbau habe ich das mit Slabs ausgelegt. Das Problem ist, von den Fenstern, die hier reinkommen, hat man nichts. Die kommen ja hier oben in. Das heißt, hier unten die Reihe, die ist völlig unwichtig eigentlich. Ziehen sie mir mal mit Cobblestone zu. Oh, Junge. Es ist dunkel. Man sieht nichts mehr. So. Zack. So. Haben wir es ja bald geschafft, ne? Also es ist tatsächlich, also es kommt jetzt noch ein Stockwerk drauf. Dann kommt hier einmal so eine Umrandung wieder hin. Und auf die Umrandung in der Mitte oben kommt noch ein kleines Häuschen hin. Und das ist von der Höhe vom Dach da oben. Das ist okay, das passt. Also von daher alles gut. Aber der Weg dahin, der wird noch ein bisschen uns, ja, auf Trab halten. So. Das Ding soll einfach nur nachher Strom runterleiten. Aber wenn man es richtig macht, dann ist es natürlich alles irgendwie schöner. So, jetzt muss man noch kurz mal überlegen. Der Rand war... Ach, den Cobble hier, den hätten wir uns eigentlich auch schenken können. Dann können wir reinlegen, was wir wollen. Ich lasse es erstmal frei. Man kann es dann nachher immer noch zubauen. Aber so haben wir dann erstmal die maximale Freiheit innen drin. Ähm, ja. Ja, der Rest wird nämlich mit Cobblestone einfach hochgezogen. Dann machen wir so hoch. Au, wow. Jetzt haben wir schon wieder kein Cobblestone. Meine Güte. Ach, so müssen wir, glaube ich, auch gar nicht. So. Ich habe aber jetzt ein bisschen Angst, irgendwie runterzuspringen, ne? Oh, ein Herz noch. Meine Güte. Ja, das hat ja hervorragend geklappt. Wie die einfach immer kleiner wurden. Ähm. Und wenn wir sterben, sterben wir halt. Na. So. Da rein kommen nämlich jetzt Fenster, beziehungsweise kleine Schießscharten. Ähm. Oder wir machen Fenster. Kommt man denn Fenster mit... Wir müssen ja nur darauf achten, dass wir hier irgendwie die Dreier für später hier, ne? Diese, diese, diese Dinger so ein bisschen... Diesen, diesen, diesen... Dass wir da kein Fenster vorhaben, ne? Dass die Fenster frei sind. Das heißt, hier kein Fenster, hier kein Fenster. Ich würde ja fast sagen, wir bauen da einfach Fenster rein. Gibt's ja wohl nicht, kein Cobblestone mehr, ey. Hm? 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 Wir nehmen die Abkürzung. Äh. Zack. Was mir gerade einfällt... Man muss sie entfernen, wenn man die ändern möchte, die Stationen, ne? Hm. Ach, wir lassen sie einfach so. Weil der Höhlenabsatz, äh... Heißt halt einfach Höhlenabsatz. Aber hier, die, hier. Hier, Herrenhaus, Durchgang, und wir haben ja jeweils nur eine Travelnet-Box an den jeweiligen Orten. Das heißt, sie brauchen gar nicht weiter spezifiziert werden, weil der Höhlenhaus-Keller, äh, bin ich im Höhlenhaus, ne? Also, wir lassen sie jetzt erstmal so. Gucken, ob ich sie nachher nochmal umbenennen, aber erstmal spielen wir jetzt so weiter. So. Kommt man hier auch? Kommt man hier, kommt man auch, theoretisch könnte man ja hier dann auch irgendwie hinkommen. So, 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 so. Hoppsa, einmal Cobblestone. Ich will auch nicht zu viel Cobblestone-Mords, weil Cobblestone ist ja eigentlich so ein Ding für den Boden, ne? So, so ein Bodenbelag und gar nicht mal so ein Zeug, mit dem man irgendwas Schönes baut. Und hier, das ist das, was ich meine, man hat hier halt nirgendwo Platz, dass man da noch stehen kann. Ja, Cobblestone ist eigentlich Bodenbelag für mich. Wir können natürlich auch mit den Dingern hier hantieren und damit dann Fenster bauen und das Ganze einrücken. Ich glaube, das machen wir auch. Kann man sich hier denn durchschlängeln? Ne, doch, 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 ich kann man sich durchschlängeln, sehr gut. So, dann nehmen wir nämlich hier mal von und dann brauchen wir, ach komm, egal, von denen hier. 12, 16, was ist eigentlich diese hier? Das sind doch auch nur so Dinger, Steinziegel-Panel. Wir nehmen da auch mal welche von mit. Weil die sind von der Höhe her, sind die ja hier identisch. Die kleinen Zwölfer, die brauchen wir aber, glaube ich, nicht. Haben wir noch irgendwas Zwölfer-mäßiges? Nö. Na, wir gucken, was man damit anfangen kann. Das ist jetzt nämlich tatsächlich auch für mich dann irgendwie Neuland. Und der hier ist gewachsen. Der hier ist gewachsen. Na, hier wird auch nichts mehr kommen. Hier wird auch nichts mehr kommen. Hier nicht, hier nicht. Wir sammeln es mal kurz ein. Dann haben wir wieder ein bisschen was. Da wird auch nichts mehr. Hier auch nicht mehr. Wächst das doch aber relativ schnell, ne? Ja gut, wir sind jetzt hier auch permanent die ganze Zeit irgendwie in der Ecke hier. Das heißt, da kann das dann schon sein, dass er schneller wächst. Über, gucken wir mal. So. Gehen wir wieder hoch. Dann gehen wir wieder hoch hier. Von wo kann man es denn von... Hier kann man es am besten sehen. Dann bauen wir das nämlich mal hier so ein bisschen auf. Dann gucken wir mal, was wir denn hier alles Schönes haben. Also wir haben erstmal eine Reihe hiervon. Das mache ich jetzt nicht alles mit dem Schraubendreher. So, dann haben wir auf jeden Fall hier eine Reihe von. Keine Ahnung, wie hoch. Und wir haben in der Mitte eine Reihe. Dann hätte man hier tatsächlich Fenster. Und dann Cobblestone, oder? Schauen wir mal. Das entspricht jetzt nicht mehr dem, was ich vorgebaut habe, aber... Geht schon, oder? Ja. Ja. Ja.